Und sucht den schönen Schläger aus. Wir schauen mal, ob es klappen. Wir drücken natürlich an den Daumen. Es geht um zwei Dauergarten. Nein, ich will es selber haben. Es ist offen. Dein Versuch. Oh, eine kleine Sorte. Boah, oh. Ah, dann nehmen wir ihn. Stark. Das ist ein sehr guter Versuch. Nur trotzdem auf jeden Fall jetzt schon mal jede Menge gegen Kölsch und Sonderentitionsleser. Auch gleich macht der Michael ein. Michael auch ein. Sehr viel aufgelost, aber geht man aus und ist jetzt vorbei. Vielen Dank euch beiden.